100 Leute, okay? Und jetzt will ich euch mal was sagen, warum die meisten Menschen im Leben nie Geld verdienen werden und im Leben nicht vorankommen. Warum? Erstens mal, schauen jetzt gerade 150 Leute zu, okay? Davon haben 100 Leute aktuell vielleicht kein Geschäftsmodell. Davon schreiben 30 in die Kommentare rein. Davon, von den 30, sage ich, schreibt mir Businessplan, das machen vielleicht 5. Und dann schlussendlich das Geschäftsmodell umzusetzen, macht dann einer. Und der eine, der kommt nicht deswegen nach vorne, weil er so viel besser ist wie die anderen. Der kommt deswegen nach vorne, weil alle anderen so viel schlechter sind, weil die ja nicht mal was machen. Weil die meisten Leute im Leben nur Zuschauer sind. Leute, ich habe doch nicht so viel Geld und bin nicht so erfolgreich, weil ich so gut bin. Nein, sondern weil alle anderen so schlecht sind oder gleich gar nichts machen. So, heute Abend sitzen Millionen Leute vorm Fernseher, holen sich einen runter, saufen gerade ein Bier und machen nichts. Sind mit ihrem Leben unglücklich und kommen nicht voran. Das heißt, fast alle Leute sind außengefecht. Dann hast du ein paar Leute, die sind online und die schauen was Sinnvolles. Aber davon schaffen es nicht mal die wenigsten, was reinzuschreiben ins Keyboard. Dann, sich das Geschäftsmodell zu holen, das schaffen nur noch 5%. Und es darf umzusetzen, das schafft nur einer. Und der eine Leute, der ist nicht deswegen erfolgreich, weil er so gut ist, sondern weil die anderen gar nichts machen. Und das war heute eins der wichtigsten Lektionen. Nein, ihr müsst mir das bei Instagram schreiben, Leute. Bei Instagram. Schreibt es mir bei Instagram. Bei Instagram, Hashtag Businessplan.